Die pfiffige Magd ist niemand anders als Fernille. Dieses hübsche und lebendige Geschöpf lebte einst im Haushalt des Herrn Vielgeschrei, eines Mannes, der nie und für niemanden Zeit hatte, am allerwenigsten für sich selber. Aber da gewisse Dinge eben doch Zeit brauchen, etwa das Verheiraten einer Tochter, so muss sich Herr Vielgeschrei trotz Korrespondenzen und Geschäften zu gewissen Handlungen bequemen, die natürlich überstürzt sind, aber höchst ergötzliche und pfiffige Wirkungen auslösen. Stellen Sie sich denn vor, Sie wären Zuschauer in diesem Hause. In den Büroräumen arbeiten einige Schreiber. Man hört weniger das Kratzen ihrer Federn als die ruhigen Atemzüge ihres gesegneten Schlafs. Irgendwo raschelt es aber doch. Das ist die brave Haushälterin Magdellone, die treuherzig an allem Anteil nimmt und doch gar vieles nicht so recht versteht. In einem kleinen Zimmerchen schlägt das Herz der Tochter Leonore für ihren geliebten Lea Ander, den wiederum Papa Vielgeschrei nicht leiden mag, weil er selbst ganz andere Vorstellungen über seinen Schwiegersohn hegt. Draußen im Hofe gackern die Hühner, die der Hausherr über alles liebt. Es ist ein ganz gewöhnlicher Werktag heute. Der Herr fort in Geschäften, die Haushälterin am Putzen und Fegen, die Tochter in Gedanken beim Geliebten und mittendrin Pernille, bereit, alle zu empfangen, die der Geschichte nun folgen möchten. Untertitelung im Auftrag des ZDF, 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 ZDF, Untertitelung im Auftrag des 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 ZDF, ZDF, Untertitelung. BR 2018 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 Das könnte er schon, doch jetzt höre ich ihn mit seinen Schreibern kommen. Am besten ist, er verschwindet. Was ist denn das für ein Durcheinander? Lars Tindenbach, ja, Herr, Lars Tindenbach, hier bin ich, Herr. Was willst du? Du siehst doch, dass ich's zu tun habe. Christoph Federmetzer. Der Herr hat mich gerufen. Du lügst, ach, du bist ich zu tun, jetzt Sandwix hab ich gerufen, jetzt Sandwix, jetzt Sandwix. Was befiehlt der Herr? Hast du die Kopie, dir Ausgaben letzte Woche ausgeschrieben? Ja, Herr, hier ist sie. Was ist das für unsinn, es ist ja alles weit. Alles muss noch einmal von vorne gemacht werden. Och, ist das eine Plage mit dem verdammten Freiband. Was man nicht selber tot, hält euch die Maschen. Nur ihr, wer niemals rot, füht sich die Taschen. Wie Soldaten, denn hier kommt die Arbeit daher. Die Arbeit kommt her, wie Soldaten, denn hier. So frag ich mich mit Sorgen, mich jeden Morgen. Mit was fang ich an, mit was fang ich an, mit was fang ich an. Hab ich mich entschlossen, die Zeit ist erflossen. Es läuten die Glocken, zumal es sie loten. Es läuten die Glocken, zumal es sie loten. Der Hüter ist da. Sei das Essen zum Segen, muss man sich fliegen. Und ein wenig Ruhm, ein wenig Ruhm. Ein wenig Ruhm. Doch die Zeit will's nicht tun, und ihr Oben, der Abend ist da. Trotz all meiner Plage entblieben die Tage. Die Arbeit bleibt liegen, doch eins wird ich siegen. Doch eins wird ich siegen. Doch eins wird ich siegen. Doch richtig ist der Satz, was man nicht selber dort hält. Doch ich soll ich die Maschen. Nur der, der niemals rot, fühlt sich die Kappen. Freilich, trotz aller Mühe, ist schon manches durch die Maschen gefallen. Es wird Zeit, dass ein Schwiedersohn in Sauston dir die Buchführung versteht und mir bei meinen Geschäften helfen wird. Was meinst du dazu, Pernilchen? Gewiss doch, gewiss, will der Herr nicht getrinken. Habe ich denn Zeit zu essen oder zu trinken? Jetzt muss ich noch zwei Briefe schreiben. An wie viel muss man da denken? An das Briefpapier, an die Feder, an die Tinte, an das Licht, an die Pitcher. Und so viel denken müssen, das macht die Top der ganzen Piere. Ja, so viel muss man denken. Und dabei hat der Herr noch nicht einmal das Zugellach erbennt. Hier ist das Briefpapier, hier ist die Tinte. Und hier ist der Lach. Und hier, und hier ist die Feder. Dieses Mädchen, dieses Mädchen, könnte mich nicht entführen, denn sie hat mich im Uriam-Lutern. So weit, so gut. Doch die Verwirrung wird eben jetzt beginnen. Leander hält beim vielgeschäftigen Vielgeschrei um die Hand der Tochter Leonore an. Der Vielbeschäftigte will aber einen Buchhalter zum Schwiegersohn, den Buchhalter Erikson. Auf welch unglückseligen Bahnen könnte alles laufen, wenn nicht Pernille mit ihrer Pfiffigkeit Rat wüsste. Kann sich der Mensch doch verkleiden. Liebhaber können Buchhalter werden. Und Buchhalter, aber stille doch, der werbende Leander ist ja gekommen. Verzeihung, Monsieur, was ist ein Begehren. Ich wollte schon sagen, dass ich hierher kam, um eure liebwerte Tochter zur Frau zu erbitten. Dörf man prähen, was ihr gelernt habt, kann ihr die Buchführung. An meiner Erziehung wurde nichts gespart. In fremden Sprachen bin ich wohl bewandert. Doch von Buchführung verstehe ich nichts. Dann kann ihr niemals mein Schwiegersohn sein. Ja, warum nicht? Warum nicht? Denn wer von Buchhaltung nichts versteht, kommt nichts in Frage. Ich will sie lernen, Das muss von Jürgen angeübt sein. Ich bin doch jung. Schon viel zu alt, auch hab ich schon den Rästen gefunden. Die Buchhalter Eriksen ist sie versprochen. Diesen Petanken mit einem Schwieger der Himmel ist sie versprochen. Die Buchhalter Eriksen ist sie versprochen. Es ist sie versprochen. Der Rästen liegt. Diesen Mai. Hier ist fort Der Niederhuller Schnee, meine Tochter, ich selbst bestelle für den Abend, Müsse Eriksen. Gehe schon. Und schicke sie. Gut, gut. Bevor die Ander dazwischenkommen kann, muss die Heirat perfekt sein. Perfekt sein. Der kommt Leonore. Der Niederhuller Schnee, meine Tochter, meinem Vater, dank dich. Ich habe dich versprochen, davor ich dich tue. Und hoffe, mein liebes Kind, dass du ihn liebst. Heute habe ich noch, soll meine Hochzeit sein. Ach, ich bekomme ja gerade den, den ich über alles liebe. Gestern noch sprach ich über ihr. Mein Vater nannte seinen Namen nicht. Der kürzigste Buchhalter in der Nacht. Was der andere Buchhalter. Er heißt mich Rihanda, er heißt Eriksen. Ich habe keine Zeit, länger noch mit dir zu reden. Ich habe keine Zeit, länger noch mit dir zu reden. Mache dich bereit, heute Abend schon. Ist Hochzeit, der Welt glänzt. Ist Hochzeit. Kommt, ihr Schreiber. Wir sehen uns mal in der Nacht. Du hast gesagt, du wirst mich leben, sobald der Sommer kommt. Nun ist der Winter gekommen, hat alles Wunschensamen, wo dunkel ist die Welt. Oh, Päppli, du musst mir helfen. Komm, mein armes Kind, ich habe alles verwirrt. Lass nur den Kopf nicht hängen, Päppli, du musst mir helfen und wir dem Herrn zeigen, was ihren Wissen vermag. Leander wird nur heute, nur heute für immer dir vereint. Leander wird nur heute, nur heute für immer dir vereint. Ich habe einen Boten ausgeschickt, der Leander und seinen Freund Oldtux gleich herbringen soll, damit ich der ganzen Kompanie meinen Plan erklären kann. Jetzt ist die einzige Zeit für uns, um alles zu besprechen. Aber seht, da kommen Sie schon, hier sind wir schon hier. Jetzt für uns, wer ist denn die Urteile dran? Wie sie schon haben, und ich bin zu besprechen. Ich habe einen Boten ausgeschickt, und ich habe einen Boten ausgeschickt, ich habe einen Boten ausgeschickt, denn ich habe einen Boten ausgeschickt. Musik 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 So ist das Komplott geschmiedet und der Witz der Pernille lässt die Unglücklichen wieder hoffen. Und Herr Vielgeschrei ist ausgegangen, den wirklichen Herrn Eriksen zu suchen, hat ihn nicht angetroffen, also nicht von Angesicht gesehen. Wer weiß denn immer so genau, ob ein Buchhalter wie ein Buchhalter oder wie ein verkleideter Buchhalter aussieht. Die Art, wie Pernille jetzt gerade die Haushälterin Magdalone unterrichtet, gehört offenbar auch zum Spiel. Aber hören Sie selbst. Musik 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 Magdalones Hörgutschuh Was geschort in euch im Nu Von der Nimm des Leichterams und vom Glück des Ugelwand Da der Herr nun doch dabei Seiner Tochter Sehnsucht schreit nach Leander heute stillen, hat er auch den besten Willen, euch nun endlich zu vermählen. Und zu Ende ist euer Quälen, ist euer Quälen, ist euer Quälen. Ach, Pernille, teure Füße, wie ein Urmerkchen, die Räten seiner Früße. Oh, mein Mann, der Lohnestinn, ich bitte aus der Trempe, höre ich schwinge, Heute Morgen noch mal zweimal tot von Sonne. Jetzt wie früh, wie in der Güte, Ich bitte aus der Trempe, höre ich schwinge, Und jetzt? Bitte. Da sagt noch jemand, ich sorgte nicht für das Wohl meiner Tochter. Zwar habe ich den Auserwählten nicht zu Hause angetroffen, Nur seinen Vater, der krank im Bette lag, Der aber ist einverstanden Und wenn ich auch den Sohn nicht von Angesicht gesehen habe, Seine Qualität, Punkt und Buchführung, steht außer Zweifel. Was kann man da noch wünschen? Komm, wir müssen hier erlicken, Was schon dort, was schon dort, alles ist schon abgebacht. Wann wird er hier erscheinen? Komm, wir müssen hier erlicken, Komm, wir müssen hier erlicken, Wie ich mich sehen kann, Den Wald zu sehen, Ganz sicher kommt der Brühe, Denn das ist die Art, Das Lied und Weite. Hier ist ein Brei, hab ich Zeit, Hier ist ein Brei, hab ich Zeit, Ganz sicher kommt der Brühe, Denn das ist die Art, Verliegter Leute. Hier ist ein Brei, hab ich Zeit, Hier ist ein Brei, Heute Nachmittag. Ihr werdet sehen, Dass der Brühe kommt, Dass der Brühe kommt, Denn das ist die Art, Verliegter Leute. Seht, da ist er schon. Für dir, Herr, Verzeihen Sie die Störung Ihrer Geschäfte. Geht alles nach Haus, Du sollst die Welt Einen Helfer haben Und eure Tochter Einen Mann Nicht einmal verließt, Nur eure Kühe Bringt mir die Gehre Nicht so bescheidenes Lü Aus meiner Wahl Kann ja schon sehen, Wie ich ihn schützt Und daher ihn Schon manchen andern Zier vornehmen Freiern Vorzug Und dann Untertitelung des ZDF, 2020 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 Wenn jemand kommt und mit mir sprechen will, so musst du erst fragen, ob ich zu Hause bin. Das macht sich sehr vornehm, sehr vornehm, sehr vornehm, sehr vornehm. Gewiss, aber dann darf der Herr nicht zum Fenster hinaus sein wie neulich, als ein Besuch kam und ich sagte, der Herr sei nicht zu Hause und er antwortet mir, grüße den Herren schön und sag ihm, er soll, wenn er ausgeht, seinen Kopf nicht vergessen, denn diesen hab ich gerade am Fenster gesehen. Hör doch auf mit dem Unsinn! Ich muss jetzt den Brief lesen und gleich wieder schreiben. Niemand soll mich stören. Ja, aber wenn der Freier... ...vom Teufel, der soll er zuerst mit der Jungfer reden. Ganz recht, ganz recht, ganz recht hat der Herr, aber nicht mit der Jungfer, die er meint. So, jetzt kann der Buchhalter kommen, jetzt kann er kommen. Mein Vater schickt mich her, um sie schönen Jungfer zu freien. Ihr irrt euch, Herr Buchhalter, der Nille ist der Name mein. So bleib ich hier mal stehen und warte auf meine Braut. Gewiss gleich werdet ihr nicht sehen, doch sprecht nur nicht zu laut, denn der Herr steckt mitten in Geschäften und man darf ihn nicht stören. Bitte, eure Braut. Wie abgemacht, frag ich in aller Höflichkeit, ob sie die werte Jungfer mich heiraten wird. Ich danke tausendmal, dann kriegt sie diesen Ring. Ein tausend Dank, wollt ihr euch nicht zersuchen. Wer redet denn hier, Herr Nille? Das ist der Freier, der mit der Jungfer redet. Gut so, mein Kind spricht nur miteinander, ich muss jetzt schnell den Brief noch reiben. So lange wissst, was im Himmel beschlossen, denn im Traum sei keinst ein Wesen, wie ihr, holde Jungfer. So eine Unverscheidigkeit, der lebt ja nur an das Feld. So eine Unverscheidigkeit, der Herr nicht in die Kalle der Jungfer einredet wird. Dort seid ihr ungestört. Alle wissst, dort sind wir ungestört. Die Verwechslungen glücken. Der richtige Buchhalter ist mit der Haushälterin in der Kammer. Und dem falschen Buchhalter ist die Rechenprüfung dank Pernille und den Hennen im Hühnerhof erspart geblieben. Pfiffigkeit, wenn die nicht wär. Ach, unser Freund Oldfuchs, sieh mal einer an. Sieht wirklich aus wie ein richtiger Advokat. Dr. Kempel. Vergebe, Sardiner, mein Herr, zu Ihren Diensten bereit. Ein Ehre für mich, das mein Ruf schon gedrungen, so weit. Ihre Sache mach ich zur meinen, dann ist sie bald im Reinen. Und los kommt dann der Stempel. Dr. Kempel. Dr. Kempel. Wenn ihr von zwei Uhr bis drei an meiner Kanzlei geht vorbei, da ballen sich zu klumpen, alle die vielen Lumpen, die Dr. Kempel wirfeln. Doch nicht von heute ab morgen. Kommt, ich soll bis zum Morgen. Hier ist es aufgeschrieben, wo seine Studie ist getrieben. Dr. Kempel. Dr. Kempel. Vergebe, Sardiner, mein Herr, mein Herr. Vergebe, Sardiner, Ihr Diener, mein Herr. Mein Herr. Ich habe die Gelehrten, Herr, nicht kommen lassen, um seinen Werdegang zu erfahren. Brauche, solange zu allem ist die Wahrheit verloren. So sage der Herr doch klar, was er will. In Gottes Namen, denn wenn ihr zur Sache kommen wollt, lest die Briefe, dann wirst ihr verfeuert. Wer in diesem Kampf will gewinnen, der muss nicht drauf einbeginnen, was der Gegner voller Strecke, sie verbringt in dunklen Ecken. Passt jetzt auf, was ich nicht hier, bald als Sieger steht ihr hier. Jetzt pass auf, was ich nicht hier, bald als Bürger steht ihr hier. Seine Wiedermann. Bis zum nächsten Mal, ich bin ich hier. Hier, ich bin ihr Pfäzen. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ein Buchhalter mit Namen Eriksen, müsste sie sagen, aber das verbietet die Pfiffigkeit. Die Trauung könnte auch gerade stattfinden. Recht so, wenn nur die Verwirrungen aufhören. Keine Angst, Herr Vielgeschrei, Sie können ruhig Ihr Bett verlassen, aber nicht zu eilig. Ihre Tochter möchte noch einen süßen Moment lang allein sein. Die Trauung des ZDF, 2020 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 Mir ist der Tod noch ganz verwirrt von Oldenberg in dieser Toch-Rocke. Aber so Gott, wie wird der Abend meine Sorge zerstreuen? Der Notar muss ja nun bald kommen. Aber was steckt nur hinter dem verflutet Dr. Krimpé, der mir meine Zeit gestohlen und mein Zimmer verwüstet hat? Und eine Pernille werde ich verloren. Ich werde schon herausbekommen, was da gespielt wird. Von Magdalene habe ich ja keinerlei Nutzen, die denken nur immer an's heiraten. Und wenn einer nicht gleich vor Verliebtheit auf dem Kopf steht, wird sie bissig wie Pfeffer, wenn nicht in der Laus wäre. Das war's. 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 Um Gottes Willen macht mich solchen Lärm, wenn Leander jetzt käme, um uns hörte. Nun, mein lieber junger Mann, euer Beruf kann euch und eure Frau wohl ernähren, wenn auch gewiss die Jahre nicht immer gleich gut sind. Nun, wir haben immer genug zu tun und unser Geschäft ernährt seinen Mann. Gewiss, aber doch müssen solche Jahre wie damals, als die Pist der Hause Tag besonders gut für euch gewesen sein. Mit Verlaub, was hat denn mein Beruf mit der Pist zu tun? Denn nun, da gibt's doch viele Betreffnisse, Herr Leichenbitter, Herr Leichenbitter. Herr Leichenbitter, Herr Leichenbitter. Mein Gott, ich bin doch kein Leichenbitter. Was seid ihr denn? Ich bin doch Buchhalter und euer Schwiegersohn. Ich bin doch hier und bin ich dort, ihre Tochter, meine Frau. Ich bin doch kein Leichenbitter. Dass meine Schnatter br Republicans sind. Ich bin doch kein Leichenbitter. Sie bin doch kein Leichenbitter. Alles von vorne, wir reichen da. Bist du meine Tochter? Ja, das bin ich. Und ihr müsst ihr ehrlich sehen? Leander bin ich. Was? Und ihr seid sein Onkel? Und Tux bin ich. Oh, seid ihr nicht Frau Leichenwitter? Nein, ich bin Frau Buchholz, nur ich bin der Sohn. Und ihr seid ihr nicht ein Leichenwitter? Zum letzten Mal sag ich nein. Nein. Ich bin der Sohn Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020